Was ist das? Warte. Vater, Mutter, ihr werdet immer bei uns sein. Ja, das ist nicht so einfach alles. Alles nicht so einfach. So, wir gehen jetzt aber nochmal kurz ein bisschen auf Looterkundung. Ein ganz schönes Stück Arbeit. Ähm, weil wir werden bestimmt noch ein, zwei Sachen übersehen haben. So, das können wir nicht mitnehmen. Dann werden wir nämlich auch nochmal gleich nochmal gucken an der Bergbank. Ob wir noch was schönes herstellen können. Ja, irgendwie was, irgendwie die, die Flitsche irgendwie besser machen können. Oder, äh, Beutelchen, Munition, who knows. Ne, da schauen wir jetzt gleich mal rein. Warte mal, kann ich hier raus, geht das? Nein. Gut. Dann gehen wir nämlich nochmal runter, kurz nochmal zu Lukas. Kann ich hier? Warte mal, hier liegt da noch was. Ein grüner Löwe, der die Sonne verschlingt. Hoffentlich keine Prophezeiung. Und da müssen wir uns natürlich auch noch, äh, gleich nochmal die Sachen angucken, die... Wo sind wir hier eigentlich hin? Wo sind wir? Wo sind wir? Oh, ein Grab. Ah. Sollten wir hier sein? Sollten wir es sein lassen? Äh, ich geh mal wieder weg. Äh, ist ein bisschen mir unheimlich. Ist, äh, nö. Nö, muss nicht sein. Ist, äh, einfach nö. Gut, gehen wir zu Lukas. Seid vorsichtig in der Stadt. Dort ist es bestimmt chaotisch als hier. Keine Sorge, wir Mädels können auf uns selbst aufpassen. Davon bin ich überzeugt. Trotzdem viel Glück. Ja. Also davon bin ich auch überzeugt, dass die beiden zusammen, glaube ich, echt ein gutes Team bilden. Okay, okay, okay. Also hier gibt es kein Loot-Stuff. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zur Werkbank. Und schauen, ob wir da irgendwas Schönes wiederherstellen können. Okay, wir haben ja ein bisschen, ein bisschen Stuff haben wir ja gefunden gehabt. Und wir könnten Ausrüstung noch weiterherstellen. Amiria braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Das ist gar nicht mal so kacke. Das ist sogar richtig gut. Das machen wir, Chat. Das machen wir. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So, Amiria braucht kein Werkzeug mehr, um ihre Ausrüstung. Geil, dann fällt der Punkt hier unten weg. Das ist natürlich auch richtig nice. Okay, cool. Cool, cool, cool. Achso, wir wollten ja nochmal ins, äh, ach du Scheibenkleister, wir haben ja noch so viel zu lesen. So, wir machen jetzt eine kleine Lesestunde, Freunde. Und wir gucken uns jetzt erstmal hier den Kodex an. Weißdorn. Dieser dornige Busch wurde zur Grenzmarkierung von Gärten und Grundstücken verwendet und wurde so zu Symbol vorsichtiger Hoffnung. Um ihn ranken sich viele Legenden. Die bekanntesten unter ihnen erzählt, dass Christus Dornenkrone aus Weißdorn geflochten wurde. Heiß, aufgebrüht, reguliert diese Pflanze den Herzschlag und lindert Atembeschwerden. Interessant. Knöchelchen. Diese kleinen Schafsknochen sind sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen als Spielzeug beliebt. Sowohl bei Adligen als auch im einfachen Volk. Erwachsene nutzen sie gerne für Glücksspiele. Poliert und graviert kommen sie so als Würfel zum Einsatz. Da sie leicht zu transportieren sind, haben sie ihren Weg bis in die kirchliche, kirchliche, ist in kirchliche Zirkel gefunden, wo sie mit dem Teufel in Zusammenhang gebracht werden. Das ist alles Teufelswerk. Hexenwerk. Vier Räuberessig. Eine bekannte Legende erzählt von vier Dieben, die einen Weg gefunden hatten, verseuchte Gebäude zu plündern, ohne selbst infiziert zu werden. Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf den Scheiterhofen zu verbringen, sollten sie ihr Geheimnis preisgeben. Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur, um anschließend an Ort und Stelle gehängt zu werden. Die Wirksamkeit dieser Mixtur bleibt jedoch äußerst fragwürdig. Ja, wenn die jetzt mal die Wahrheit erzählt hätten, würde mich jetzt wundern. Alchemistischer Schmelztiegel. Das wichtigste Werkzeug eines jeden Alchemisten dieser steinernder Behälter widersteht auch den härtesten Bedingungen, extrem hohe Temperaturen, Säuren, ohne Schaden zu nehmen. Während des gesamten alchemistischen Prozesses ist er ein zuverlässiger Begleiter bei der angestrebten Vollendung des großen Werks. Okay, okay. Kreuzritter tapat, 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 ja, ne, tapat. Der letzte große Kreuzzug liegt schon ein Jahrhundert zurück und die Kirche sieht sich neuen Gefahren ausgesetzt. Krankheit, Hungersnöte, Krieg, das Elend treibt die Menschen in die Arme des Glaubens. Dieser Bedarf an Spirulalität... Warte, ich muss mal kurz was trinken, Tommy. Meine Güte. So, jetzt besser. Dieser Bedarf an Spiritualität, der den vielen Toten zuzuschreiben ist, zwingt den Klerus dazu, in aller Eile neue Priester auszubilden. Aber einige Leute suchen und suchen auch weiterhin ihr Heil im Heidentum, Aberglauben und bei Andersdenkenden Ordnungsvereinigung. Ja, das ist doch jeden so, wie er will. Ich hatte keinen Latein, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war. Ich sage mal nein. Diese Maxime fasst die alchemistische Philosophie zusammen, die auf das Studium der fundamentalen Natur, der uns umgebenden Elemente und ihrer Umwandlung beruht. Mit diesen Initialen wird außerdem die Schwefesäure bezeichnet, mit der Materie bearbeitet wird. Kriegserklärung Der Zarsos Belli dient als offizielle Rechtfertigung für einen Konflikt zwischen Herrschern, obwohl seine Legitimität oftmals fragwürdig ist. Manchmal geht es auch vorrangig um wirtschaftliche Interessen. Der 100-jährige Krieg etwa gab dem französischen König Philipp VI. einen Vorwand, sein Volk höher zu besteuern und so die Schatzkammern des Königreiches zu füllen. Während der König Edward III. so den englischen Adel zufriedenstellen konnte, dessen Einkünfte aus Landverpachtungen drastisch zurückgegangen waren. Also wirklich, sag das zehnmal hintereinander. Was? Gar kein Fall. Das Lateinische? No way, Stevie. No, 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 no. Hufeisen Mit steigender Lebensqualität wächst auch die Bevölkerung schneller, als Nahrungsmittel produziert werden können. Nach zahlreichen Plagen, die ganzen Ernten vernichteten, nahmen die Hungersnot bedrohliche Ausmaße an und trieb Arm und Reich immer weiter, dem aber Glauben in die Arme. Hufeisen gelten als Glücksbringer, sind aber teurer Schmiedearbeit, die für den Ackerbau unerlässlich sind. Ein Bauer, der es einsetzt, um Glück anzuziehen, bringt so ein unermächtliches, großes Opfer. Ja, das ist wohl wahr. Also, ich kann mir vorstellen, dass gerade sowas in der Schmiedekunst scheiße teuer war. Damals. Also, ernsthaft. Oh, oh, guck mal. Oh, Frankreich. Frankreich, Spanien, England. Äh, soll das Öland sein? Ganz schön groß. Ah, egal. Karten sind adeligen und gelehrten Kreisen weit verbreitet. Sie sind selten teuer und leider auch ziemlich ungenau. Daher werden an Wegkreuzungen vermehrt praktische und kostengünstige Wegweiser aufgestellt. Dörfer, die teilweise einen mehrtägigen Fußmarsch voneinander entfernt liegen, werden von Hunger, Krieg und Krankheit heimgesucht. Über dieselben Straßen verbreitet sich auch die Pest und folgt den fliehenden Bevölkerung wie ein Unheil voller Schatten, die sich in ihrer Verzweiflung an einen einzigen Gedanken klammert. Flieh, solange du kannst. Laufe weit und kehre später zurück. Was ist da denn? Okay. Ikonografie. Ikonografie, ja. Die Alchemie fasziniert Wissenschaftler und inspiriert Künstler. Das wiederkehrende Symbol des Löwen, der die Sonne verschlingt, ist als Anspielung auf alchemische Auflösung zu deuten. Durch den Einsatz dieses Verfahrens bei dem Vitirolschwefel zersetzt, sollen grobe Substanzen von edlen Substanzen getrennt werden. Ja, ja, mhm. Handbuch der Vogelsprache. Da ihre Arbeit von der Mehrheit als finster und gefährlich angesehen wird, geben sich Alchemisten große Mühe, ihre Werke zu verschlüsseln. Seit der Antike machen sie sich daher dieser Vogelsprache zunutze, die auf Metafern, Wortspielen und Klängen sowie einer mystischen Buchstabensymbolik beruht. Ihre wahre Bedeutung gebe diese Texte nur eingeweihten Preis. Ja, also halt quasi Geheimsprache. Wollen wir hier sonst noch was? Nö, das ist das. Das sind die Mixturen. Die können wir nicht herstellen. Die, da fehlt uns Leder. Okay. Okay, cool. So, dann würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg. Oder was? Oder wie? Oh, warte mal, wir können hier noch ein bisschen was einsammeln. Aber wir kackeln sie mal hier kurz an. Endlich. Na, dann wollen wir mal. Hört zu. Eine Sache noch. Laurentius hat einmal gesagt, der Weg zum Buch sei überseht mit Rosen. Haltet also die Augen offen. Rosen. Mit Rosen. In Ordnung. Werden wir. Im Schatten des Walz. Erste Regel zum Überleben. Tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch. Da ist die Stadtmauer. Da ist die Stadtmauer. Ja, dann lass uns nochmal uns ankündigen. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten. Der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Okay. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los. Gehen wir. Äh. Lass uns hier rein. Dein Einsatzmeck. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung. Okay. Aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt. Nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte. Mach schon. Hab mit dir. Viel Glück. Dir auch. Wie, jetzt lässt du mich alleine? Ähm. Das finde ich jetzt nicht so gut. Leute. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hierbleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, bewegt dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge. Wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Aha. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Äh. Ich hab keine Ahnung. Äh. Wir machen mal ganz kurz Bestandsaufnahme. Was haben wir denn an Munition? Also ich würde gerne sowas hier bauen. Kann ich nicht, weil da fehlt mir Leder. Gut. Dann machen wir hier den hier nochmal ein bisschen fertig. Irgendwie. Der wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Können wir jetzt hier wieder was aufnehmen? Jo. Nice. Die Säure finde ich schon wichtig. Also sollten wir schon auf jeden Fall so ein bisschen was auf Vorrat haben. Weil man weiß ja nie. Steine sowieso. Grundsätzlich. Und falls Ratten kommen, ne. Hier so zum Anzünden. Zumindest diese Anzünder. Okay. Hier geht es nicht weiter. Da drüben. Das muss die Universität sein. Ja moin. Ich muss ja wirklich einmal komplett durch die Stadt. Also. Wenn ich jetzt wie Assassin's Creed mäßig einfach so über die Dächer laufen könnte. Gar kein Problem dann. Ich gehe nicht von aus, dass ich das kann. Sondern dass ich denn da unten irgendwie. Da so lang muss. Leider. Sagen wir hier unten irgendwas? No. Gut. Es ist ganz schön weit. Ja. Aber ich schaffe das. Also los. Weil wir müssen ja. Also wir müssen doch leise sein, oder? Oder machen wir jetzt. Also. Oder mache ich jetzt YOLO? Also YOLO wäre so. Hey, ihr da drin. Das ist die letzte Warnung. Bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Okay, wir machen nicht YOLO. Und da. Okay. Okay. Er hat nichts gesehen. Oh Gott, wo ist er denn jetzt hin? Da, gut, kommen wir jetzt hier runter Okay, also wir probieren es im ersten Anlauf Äh, Sneaky Ist zumindest der Versuch Ich glaube nicht, dass es hinhaut Ich glaube nicht, dass wir es hinbekommen Aber Man darf ja nie, nie sagen Oder man soll ja nie, nie sagen So, bleibst du da? Oder Ihr bleibt beide da, ne? Kann da jetzt hier hinten gucken gehen, oder nicht? Oder? Also Sieht gut aus Riecherei? Nein Schade Hm Na gut Gehen wir einfach mal weiter Vorsicht Mhm Mhm Wer zu bleiben hier denkt Ist verhaftet und hingerichtet Kriegsrecht? Ich kann es nicht glauben Warum jetzt? Also warte Mach mal kurz anders Oh Gott, der jetzt kommt ja wieder Ich dachte, der ist nur ganz kurz da Okay, damit habe ich nicht gerechnet Nichts zu berichten Hm Ja, ich auch Leider Scheiße Das wollte ich nicht Aber ist jetzt passiert Was soll ich sagen? Ich wollte sneaky Aber Ja, es hat nicht so gut geklappt Nee, du endest anders, mein Freund Und auf Wiedersehen Ja, sorry Nee, den musste ich jetzt leider machen, Chat Also, äh Das ging jetzt gerade nicht anders Uh Stückchen Wobei, eigentlich bräuchte ich gar kein Stückchen Weil die sind so geil auf dieses Fleisch da Sehr gut Aber ich brauche gefühlt Ewigkeiten, wenn ich so Ich sage jetzt mal so sneaky versuche, weiterzulaufen Bis zur Bibliothek da hinten hin Was, was für ein Gerümpel Was für ein Gerümpel Ist das überall so? Ähm, kann ich hier runter ohne Probleme oder habe ich gleich ein Problem? So sieht aus, als ob ich hier runter könnte Okay 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 Gut, 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 gut Gut, gut Ich weiß zwar nicht, wo ich bin Ja Aber immerhin lebe ich noch Achso, wenn ich mir Lass mich Bleib mit dir Bleib da und sei ruhig Ach, was ist da los? Nein Das ist mein Mann Das war dein Mann Für den ist es aus, also verzieh dich Nicht allein Ich kann doch nicht ohne ihn gehen Halt's Maul Wenn du jetzt dein Schwert ziehst, mein Freund Oh mein Gott Ach du Scheiß Was haben die denn gemacht? Tut mir leid Oh ja Genau du kommst richtig mit der Lampe Tschüss Dankeschön Davon kann ich nichts mitnehmen Das ist gar nicht gut So, wie sieht es hier oben aus? Hier oben kann ich schon ein paar Sachen mitnehmen Das finde ich gut Oh Man nimmt das endlich ein Ende Ach du Ach du Okay Ähm Ja, ist gar nicht so schön Alles Sie wurden alle hingerichtet Alter Also Normalerweise müsste ich euch alle Also Für die Aktion Alter Freunde Verschlossen Das nennt man Disziplin? Was ist das? Was ist das? Was stört Aber da sind zu viele Ratten Ich muss die ablenken, wenn ich da durch will Ja, das ist richtig Ich frage mich gerade nur wie Ich will die eigentlich nicht Also Muss ich die jetzt da runterschießen? Ich hoffe nicht Also das wäre ja grausam Will ich hier rüberspringen? Ne Ähm Ja Wie geht's jetzt hier weiter? Oh ja Ich muss die runterschießen Oh nein Zumindest ein Also ein oder zwei Weil ich sehe das gerade da an der Seite Ich will das aber eigentlich nicht Ja Das Spiel ist grausam Gut Ganz ruhig Oh Mann Denk an die Go Du machst das für ihn Ja aber doch Also Dass die denn auf einmal da so anfängt Kacke zu machen So warte mal Kann ich den hier rüber locken Indem ich ihn einfach mal kurz mit Säure besprühe? Ne warte mal Ja was soll der lärmen? Ihr Drecksviecher Das wart ihr schon wieder Oder nicht? Oh 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 Jetzt habe ich ein Problem Genug jetzt Es ist vorbei Das war gar nicht so gut Ich hätte nicht gedacht Dass die um die Ecke kommt Ich habe immer wieder Das war gar nicht so gut Ich habe mich in dieser Technik Das war gar nicht so gut Ich Purt Ich habe nicht so gut Es ist rein Beispiel Ich habe nicht so gut Ich habe McTurl